Hallo LiveRace Lobby Fans, hier ist wieder euer Jack Cryings auf Kanal Cryings mit einem kleinen Spezialvideo und zwar mit Fahrzeugen die ihr unbedingt in der Garage haben solltet für LiveRace Lobby. Falls wir mal ein Special Event machen oder unter Umständen die Fahrzeuge in einer Lobby wechseln, natürlich solltet ihr nach wie vor mindestens ein Fahrzeug der Gruppe 1, der Gruppe 2, der Gruppe 3, der Gruppe 4 haben. Mit diesem Video möchte ich euch auch, dass ihr rechtzeitig, weil ihr ja auch gern eure Fahrzeuge verziert, die passenden Sticker drauf machen könnt. In der Beschreibung werde ich dann auch Updates beschreiben, falls neue Fahrzeuge hinzukommen, die mal eventuell in einer LiveRace Lobby dann kommen. Wichtig, wenn ihr, weil mich auch viele gefragt haben, gehe ich noch einmal schnell auf die Aufkleber bei mir, weil viele fragen, wo kriege ich Cryings Aufkleber her, wo kriege ich die ganzen Dinge her. Einmal ganz wichtig, schaut euch, wir haben von dem User Owatchmano, na hier ist er, hier ist der Name, Owatchmano hat ein wunderschönes Bild gebastelt, vielen Dank an Owatchmano. Diesen Aufkleber kann man wunderbar nutzen, also macht er auch richtig Spaß. Der zweite User, BluePogona, also er hat einige gebastelt. Checkt ihn aus, ihr findet hier oben den Namen, um ein paar passende Kleber zu haben. Und dann ist natürlich, sind auf meinem eigenen Profil noch ein paar Aufkleber drauf, check-cryings81, da findet ihr auch mehreres, was ihr nutzen könntet. Habt ihr auch einen E-Sport Aufkleber, dann natürlich auch für die Facebook Grand Tourismus Sport Germany Gruppe, die sehr sehr viele Aufkleber drauf. Natürlich auch ein paar lustige Texte, dann Live Race Lobby, Live Race Lobby 3, was ihr beliebt. Ihr könnt also auch euren Rennanzug mit einem kleinen Text verzieren. Und weiter unten natürlich nochmal für die Community und für Cryings. Aber jetzt legen wir los. Und zwar, es sind wirklich ein paar Fahrzeuge, die ihr unbedingt haben solltet. Fahrzeuge kauft man ja bei Brand Central und hier legen wir mal direkt los. So, und der erste Schritt ist nach Asien. Es wird auf jeden Fall der Nissan benötigt. Wie gesagt, ihr findet es dann auch in der Beschreibung. Und zwar, wo hat er sich denn versteckt? Und, na bitte ich jetzt, hier ist er doch. Nissan GTR R17 und Nissan GTR Nismo. Wobei der Nissan GTR 17 Premium Edition eigentlich das Fahrzeug sein wird, dass wir mal mit Sicherheit fahren werden. Ganz wichtig, pumpt natürlich das Fahrzeug auch noch mit Meilen auf. Dann geht es eigentlich schon direkt erstmal nach Deutschland. Und zwar ist einmal Pflichtprogramm unter BMW. Hier hatten wir auch schon mal eine Live Race Lobby. Und zwar mit dem BMW Sport Evolution, dem 89er Modell. Also der sollte unbedingt mal wieder, ist ein sehr beliebtes Fahrzeug in der Szene. Und ich denke, hier werden wir auch mal unter Umständen mit diesem Fahrzeug in der Lobby fahren. Und dann, ansonsten natürlich der BMW VGT. Ob wir den mal nutzen, weiß ich nicht sicher. Aber wirklich ein richtig geiles Fahrzeug. Also hier könnt ihr unter Umständen, wenn ihr genügend Kredit habt, zieht euch mal das Fahrzeug rein. Wirklich ganz, ganz tolles Rennwagen. Was nicht fehlen darf, ist bei Volkswagen. Und zwar, wir werden unter Umständen, er kostet nicht viel, riskiert es. Vielleicht tatsächlich mal einen VW Käfer Lobby Rennen machen. Und natürlich der Samba Bus, der sollte so oder so nicht in der Garage fehlen. Also, nutzt diese zwei Fahrzeuge, checkt sie aus. Des Weiteren gehen wir jetzt mal direkt auf Amerika. Und zwar, werdet ihr jetzt erstmal den Ford auschecken. Und zwar hier werdet ihr fleißig einkaufen müssen. Den Ford Focus ST. Den Mustang GT 15. Den Mustang Mach 1. Den Raptor bin ich nicht ganz sicher, kostet aber nicht viel, zieht ihn euch rein. Den Ford GT 06. Mustang Gruppe 4 habt ihr sicherlich sowieso im Portfolio. Den Ford GT LM für Gruppe 3 ideal passend. Mustang Gruppe 3 habt ihr sicherlich auch im Portfolio drin. Und hier muss ich dann in der Community fragen, ob es hinhaut. Natürlich der Mark 4. Ich konnte ihn mir auch noch nicht leisten. Also, ob wir hier mit meinem Lobby Rennen machen, da muss ich echt anfragen. Oder schreibt in die Kommentare rein, wer das Ding alles schon in der Garage hat. Weil hier hätte ich schon richtig Bock drauf, mit dem zu heizen. So wie den GT 40 Mark 1. Also bei Ford dürft ihr richtig einkaufen. Da spürt ihr schon ein bisschen, was unter Umständen mal vielleicht auf euch zukommt. So, in den USA kaufen wir noch ein bisschen weiter ein. Und zwar holen wir noch ein paar Audis mit rein. Und zwar unbedingt die Corvette C369 Stingray. Des Weiteren bei Dodge natürlich gehört dazu, darf auch in keiner Garage fehlen, den Dodge Challenger. Des Weiteren bei Shelby. Die Cobra und zwar Baujahr 1966. Und Pointyac, natürlich. Den Pointyac Trans Am, wo ist er hier? Firebird Trans Am, pfeift ihn euch rein. Wie gesagt, vergesst auch nicht, vielleicht euch schöne Lackierungen zu besorgen. Aber ihr merkt schon, wir haben Oldies, wir haben Ford. Also es wird auf jeden Fall mit Sicherheit auch mal in der nächsten Zeit Special Live Race Lobbys geben. Also auf jeden Fall. Dann natürlich in Asien nochmal reinschauen. Ganz wichtig, aus Gran Turismo. Hier sind natürlich wieder Fahrzeuge dabei, die leider etwas mehr kosten. Ihr werdet natürlich unbedingt das Kart brauchen. Irgendwann werden wir mit dem Kart mal donnern. Des Weiteren, ja, den Chevy Nova. Müssen wir mal schauen. Checkt ihn aus, wenn ihr genügend Geld habt. Der Mach 30. Natürlich ein Hammer Auto. Unbedingt rein. Was auf jeden Fall relativ zeitnah kommt, ist der Kredi Fugu. Mit diesem Ding werden wir richtig zeitnah mal heizen. Dann den Red Bull Junior. Und natürlich den F1500 TA. Den großen Red Bull gehört eigentlich klar in die Garage. Aber hier bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, das Weitere natürlich bei Mercedes. Wir wollen noch ein zweites Formel Auto. Bei Mercedes. Der kostet leider ein paar Ocken. Und der ist auch direkt bei Mercedes zu finden. Hier ist er. Ein bisschen weiter hinten. Und zwar, wir nehmen aber hier dann den... Es ist im Endeffekt egal, welche ihr nehmt. Des F1. Ich selber habe die Color Variation genommen. Bringt aber jetzt auch nicht viel. Nehmt am besten eigentlich den Klassiker. Lackieren könnt ihr im Endeffekt dann immer noch ein bisschen, glaube ich. Okay. Das war es erstmal. Wie gesagt, sitzt am besten ein Like auf das Video. In der Beschreibung werde ich immer aktuell, auch mit Datum dann reinschreiben, welche Fahrzeuge noch dazugekommen sind. Also, checkt aus. Ich freue mich wieder auf die nächsten Lobbys. Und damit wir gerüstet sind, habt Spaß. Schönen Tag euch noch. Euer Jack Cryings. impresstint ist. Prostent auch. Ja.